Faktencheck. Was wir Tag für Tag hören ist, die Flüchtlinge sind eine untragbare Last. Wir prüfen diese Behauptung, indem wir sie mit der Wirklichkeit in Verbindung bringen, mit konkreten Zahlen, Statistiken und Fakten und ziehen wir unsere Schlüsse. Zunächst, wir haben eine Grafik und eine Tabelle zusammengestellt. Zunächst zur Grafik. Die Grafik dokumentiert für einen 33-Jahres-Zeitraum die Zahl der Asylanträge, die in Deutschland gestellt wurden in den Jahren 1985 bis 2018. Und wir haben diese Grafik in Verbindung gebracht mit den Kriegen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Also mit dem Iran-Irak-Krieg 1988, mit dem Irak-Krieg I, mit den Balkan-Kriegen, mit dem Kosovo-Krieg im Jahr 99, mit dem Syrien-Krieg, mit der Intervention der NATO in Libyen, mit dem Einmarsch der Türkei in Syrien und so weiter. Weil wir sagen, dass diese Kriege, diese militärische Intervention einen massiven Einfluss darauf nehmen, welche Flüchtlinge produziert werden, warum Menschen überhaupt die Flucht antreten. Wir stellen dem Zeitraum fest, es gibt zwei große Migrationsfällen. Eine fand statt in den Jahren 1990 bis 1999, enden mit dem Kosovo und beginnend mit der Aufspaltung von Jugoslawien. Dazu muss gesagt werden, Jugoslawien war ein Land, was im Jahr 1945 gegründet wurde und in dem damals viereinhalb Jahrzehnte lang die verschiedenen Volksgruppen, also Kroaten, Kroatien, Slowene, Slowenien, Serben, Kosovaren, Montenegriner, Makedonien usw. zusammengelebt haben, wo 1,7 Millionen Ehen zwischen den verschiedenen Volksgruppen stattgefunden haben und nochmal die friedlich zusammengelebt haben. 1990 wurde Jugoslawien aufgespalten, unter anderem auch durch massive westliche Interventionen, die Kroatien, Slowenien, Montenegro, Bosnien, Herzegowina anerkannt haben, damit diese Spaltung mit provoziert haben. Es gab damals eine riesige Flüchtlingswelle, bereits in den Jahren 1991 bis 1993, als damals bereits 1,2 Millionen Menschen in Deutschland Asylantrag gestellt haben, primär aus diesen Balkanländern. Diese Flüchtlingswelle endet ungefähr im Jahr 1999, als damals die NATO einen Krieg gegen Rest-Jugoslawien, damals Serbien, Montenegro und Makedonien geführt hat und in dem Krieg nochmals neue Flüchtlinge produziert wurden. Wir haben eine zweite Flüchtlingswelle, die beginnt ungefähr im Jahr 2014, 2015, 2016 mit dem Höhepunkt von bis zu 700.000 Anträgen auf Asyl im Jahr 2016 in Deutschland. Aber ganz wichtig ist, dass diese Zahl seitdem radikal zurückgeht und dass wir im Jahr 2018, in diesem Jahr hochgerechnet ungefähr 180.000 Anträge auf Asyl haben, weniger als ein Viertel dessen, was vor zwei Jahren in Deutschland an Asylantragen gab. Das heißt, die Behauptung jetzt in dem Jahr 2018 sei das Problem der Flüchtlinge ein großes Problem geworden, ist völlig demagogisch, weil die Zahl massiv rückgängig ist und vor drei Jahren es noch eine sogenannte Willkommenskultur gab. Jetzt zur Tabelle. Wir haben eine Tabelle zusammengestellt, in der neun Länder aufgeführt werden, und zwar Jordanien, Libanon, Türkei, Uganda, Sudan, Iran, Deutschland, Pakistan und Bangladesch. In dieser Tabelle haben wir zunächst mal die Zahl der Einwohner des Landes, dann zweitens die Zahl der Geflüchteten, die in dem Land im Jahr 2017 leben, gebracht, und dann den Anteil ausgemessen, wie viel die Zahl der Geflüchteten an der Zahl der Bevölkerung in dem Land ausmacht. In der letzten Spalte haben wir dokumentiert, wie reich oder wie arm das Land ist, und dies gemessen an dem Bruttoinlandsprodukt in Dollar nach Kaufkraftparitäten. Komplizierter Begriff. Damit ist gemeint, dass damit die Dollar vergleichbar gemacht wurden mit den einzelnen Ländern. Diese Tabelle ergibt Folgendes. In einem Land wie Jordanien, mit insgesamt 9,5 Millionen Einwohnern, leben heute mindestens 2 Millionen Geflüchtete. Das macht über 20,3 Prozent der Einwohnerzahl von Jordanien aus. Das ist 17-fache dessen, was wir in Deutschland an Flüchtlingen heute beherbergen. In einem Land wie Libanon, in dem nur 6,2 Millionen Menschen leben, haben wir heute eine Zahl von einer Million Geflüchteten, was ungefähr 16 Prozent der gesamten Bevölkerung von Libanon ausmacht. Und entsprechend ähnliche Zahlen sehen Sie in der Tabelle dann für Türkei, Uganda, Sudan, die immer weit über den Werten von Deutschland liegen. Wenn wir jetzt dazu noch nehmen, das Einkommen in den Ländern und feststellen, dass Deutschland das mit Abstand reichste Land ist, mit 50.000 Dollar je Kopfbruttoinlandsprodukt in dem Land, und andere Länder zum Beispiel wie Bangladesch mit 4.000 Dollar nur pro Kopf, oder auch ein Land wie Jordanien mit nur 12.000 Dollar pro Kopf, stellen wir fest, dass eigentlich die deutschen Schamen rot werden müssten. Weil in diesem Land Deutschland einmal das reichste Land dokumentiert wird, zum anderen das Land dokumentiert wird, dass relativ wenig Flüchtlinge an den gesamten Bevölkerungszahl aufgenommen hat. Das heißt, die Bilanz, die ich sehe, ist eine dreifache. Erstens, ja, es stimmt, nach Deutschland kamen relativ viele Geflüchtete, aber diese Zahl ist deutlich rückläufig und zwar massiv rückläufig, vor allem in diesem Jahr 2018. Zweitens, ja, wir haben in Deutschland einen gewissen größeren Prozentsatz an Geflüchteten, die angemessen an der gesamten Bevölkerung da sind. Uns gewährt 1,2 Prozent, aber dieser Anteil ist massiv niedriger als in vielen anderen Ländern. Und drittens, ja, es ist richtig, dass die Geflüchteten bei uns einen gewissen Anteil ausmachen, aber in dem reichsten Land, was hier dokumentiert wurde, leben relativ wenig Flüchtlinge, während andere Länder wesentlich ärmer sind, wesentlich mehr Lasten tragen müssen. Das heißt, die Aussage, wonach die Geflüchteten eine untragbare Last darstellen wollen, ist absolut untragbar, ist nicht akzeptabel, ist rein demagogisch. Soweit und Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.